Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Tutorial auf meinem Kanal DeutschModdingOS. Heute möchte ich euch zeigen, wie man im LS22 Aufkleber auf seine Fahrzeuge oder Traktoren verbauen kann. Das geht natürlich wie gesagt auf allen Fahrzeugen, natürlich auch auf LKWs, Autos, Traktoren wie schon gesagt, aber auch auf Anbaugeräten oder anderen Geräten. Dazu braucht ihr zum einen natürlich einfach einen Mod, auf dem ihr die Aufkleber verbauen möchtet. Ich habe mich dafür jetzt hier für die Deutsch-Fahr-Serie 7 entschieden, beziehungsweise Serie 8. Dazu findet ihr einen Link auch in der Videobeschreibung und ihr könnt natürlich dann den Mod nehmen, der euch gut gefällt und auf dem ihr dann die Aufkleber verbauen möchtet und den solltet ihr dann natürlich einfach herunterladen und am besten auf dem Desktop abspeichern. Außerdem braucht ihr hier noch das Aufkleber-Template, was ich euch erstellt habe. Dazu ist der Link ebenfalls in der Beschreibung und dort befinden sich dann die Aufkleber, die ihr verbauen könnt. Außerdem braucht ihr natürlich noch den Giants-Editor, um die Aufkleber dann auch zu verbauen. Dazu findet ihr den Link ebenfalls in der Beschreibung verlinkt und dort müsst ihr euch hier einmal registrieren oder anmelden und dann öffnet sich hier oben ein Reiter mit dem Namen Downloads und dort könnt ihr den Giants-Editor dann auch herunterladen. Ein ausführlicheres Tutorial dazu habe ich aber auch bereits schon auf meinem Kanal gemacht. Und um den Aufkleber dann natürlich zu bearbeiten, braucht ihr noch ein Bildbearbeitungsprogramm. Ich empfehle da Paint.net, das ist sehr einfach aufgebaut und eignet sich wirklich sehr gut fürs Modding und dafür reicht auch völlig die kostenlose Testversion aus und dazu ist der Link auch in der Beschreibung. Und zu guter Letzt braucht ihr dann natürlich noch ein Logo, ein Aufkleber oder ein Bild, das ihr dann auf eurem Traktor, auf eurem Anhänger oder ähnlichem haben wollt. Ich habe mich jetzt hier für ein Lohnunternehmen-Logo entschieden. Ihr könnt dann natürlich das Logo nehmen, was euch gut gefällt. Das Logo solltet ihr dann natürlich auch am besten mit dem Desktop abspeichern. Sobald ihr dann hier alles auf dem Desktop abgespeichert habt, also einmal das Fahrzeug oder das Anbaugerät, das Aufkleber-Template und euer Logo oder das Bild, müsst ihr zuerst einmal den Mod entpacken. Dazu gehen wir hier auf die ZIP-Datei, machen einen Rechtsklick, gehen auf alle extrahieren und bestätigen den Vorgang hier mit extrahieren. Das dauert dann einmal ganz kurz und dann wird hier ein Ordner erstellt. Der Ordner heißt im Regelfall genauso wie die ZIP-Datei, deswegen können wir die ZIP-Datei hier auch einfach rauslöschen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir bearbeiten nämlich jetzt hier diesen Mod und dort werden wir jetzt gleich die Aufkleber verbauen. Zunächst müssen wir uns jetzt einmal entscheiden, welchen Aufkleber wir nehmen möchten. Dazu öffnen wir jetzt hier den Aufkleber-Ordner, das Template mit Doppelklick und hier haben wir jetzt zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Einen quadratischen Aufkleber und einen rechteckigen Aufkleber. Natürlich könnt ihr auch beide verbauen. Ich verbaue in einem Tutorial jetzt einfach mal den quadratischen Aufkleber. Beim rechteckigen Aufkleber funktioniert das natürlich dann genauso. Wenn wir den Aufkleber jetzt haben möchten, klicken wir auf diesen einfach drauf und kopieren diesen einfach. Den müssen wir natürlich jetzt in unseren Mod einfügen. Dazu öffnen wir jetzt hier unseren Mod und fügen den hier einfach ganz normal ein. Wichtig ist, dass er hier schön eingefügt wird, dass er dann auch wirklich bearbeitbar ist und dass man ihn nachher auch wirklich verbauen kann und an die Texturen geladen werden. So, wenn wir jetzt hier diesen Aufkleber bearbeiten möchten, öffnen wir den jetzt hier mit einem Doppelklick. Dann öffnen sich hier drei Dateien. Einmal die Bilddatei und zwei Dateien für den Giants Editor. Wir möchten jetzt die Bilddatei natürlich bearbeiten. Dazu wählen wir diese aus und öffnen wir die mit paint.net. So, das dauert dann kurz und dann haben wir hier auch schon das Template. So soll es natürlich nicht bleiben. Hier wollen wir was bearbeiten. So, natürlich müssen wir dazu zuerst einmal hier den Hintergrund rauslöschen. Dazu gehen wir hier oben links auf bearbeiten und gehen dann auf alles auswählen. Dann wird hier außenrum so ein kleiner Rahmen markiert. Das heißt, es ist alles ausgewählt und dann können wir hier unter bearbeiten alles löschen. Auswahl löschen. Dann wird der Hintergrund gelöscht und das ist jetzt nur das reine Bild. Hier möchten wir jetzt natürlich unser eigenes Logo einfügen oder unser eigenes Bild. Dazu öffnen wir unser Bild natürlich einfach mal mit paint.net. Öffnen mit paint.net. Und das möchten wir jetzt natürlich irgendwie hier vorne reinbekommen. Dazu das gleiche Verfahren. Wir gehen hier oben links auf bearbeiten. Alles auswählen. Dann legt sich hier wieder dieser Rahmen drum. Und dann kopieren wir das jetzt hier einfach, indem wir auf bearbeiten und kopieren gehen. So, jetzt gehen wir natürlich wieder zurück in den Aufkleber rein. Sieht man hier oben auch immer, welche Datei man ausgewählt hat. Und dort wollen wir das jetzt hier einfach einfügen. Gehen hier auf bearbeiten und auf einfügen. Teilweise kann es sein, dass dieses Bild hier kleiner ist. Als der von uns ausgewählte Aufkleber. Da müssen wir jetzt hier ganz wichtig die Leinwandgröße beibehalten. Wir möchten nicht, dass sich das Bild hier vergrößert. Das sieht dann unten schön aus im Giants Editor. Deswegen behalten wir das. Und wir skanieren jetzt hier unseren Aufkleber auf die richtige Größe. Das können wir jetzt hier einfach so hinziehen. So, ich denke mal so, sollte das schon einigermaßen passen. Sobald wir das dann hier platziert haben, können wir uns noch gucken, ob das soweit passt. So sieht es aber schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Wenn wir natürlich jetzt noch hier verschiedene andere Sachen einfügen wollen, können wir das natürlich machen. Wir können natürlich auch mehrere Bilder hinzufügen. Wir können aber auch Texte hinzufügen. Um jetzt hier beispielsweise den Text einzufügen, gehen wir hier oben links wieder auf bearbeiten. Gehen dann auf alles auswählen. Jetzt legt sich hier wie gesagt wieder dieser Rahmen drum. Und dann können wir hier jetzt bei den Werkzeugen das Text-Tool auswählen und hier einfach mal draufklicken. Hier oben links können wir dann auch die Farbe auswählen. Hier ist jetzt eine schwarze Farbe ausgewählt. Natürlich können wir hier auch alle anderen Farben auswählen. Da können wir jetzt hier einfach über diesen Farbkreis gehen mit der Maus und können uns hier eine Farbe raussuchen. Ich möchte jetzt hier zum Beispiel einfach mal eine rote Farbe haben. Deswegen wähle ich jetzt hier rot aus und dann kann ich hier meinen Text jetzt einfach runterschreiben. Hier kann ich jetzt einfach zum Beispiel meinen Text runterschreiben. So, den kann ich natürlich jetzt auch noch passend hier größer machen oder eine andere Schriftart auswählen. Ich belasse die Schriftart jetzt einfach mal und mache hier beispielsweise den Text ein bisschen größer. So sieht man das besser. Natürlich kann ich hier auch noch alles bearbeiten, falls ich mich verschrieben habe. So, zum Beispiel. Dann kann ich den Text natürlich auch noch verschieben, ganz normal. Und kann mir hier ein passendes Plätzchen für den aussuchen. So. Das sieht jetzt natürlich nicht so schön aus, soll aber nur als Beispiel dienen. So, wenn wir jetzt hier unseren Aufkleber fertig gemacht haben und der uns gut gefällt, können wir den jetzt hier einfach unter Datei, Speichern, Abspeichern. Wichtig ist, dass hier oben DXT5 ausgewählt ist, Interpoliertes Alpha und den Rest können wir eigentlich auf Standard lassen, dass das so aussieht wie hier. Wichtig ist, hier ist DXT5, dass sonst der Aufkleber im Spiel schwarzen Hintergrund haben wird. Dann gehen wir einfach auf OK. Das dauert einmal kurz und dann ist der Aufkleber auch schon abgespeichert. Paint.net können wir jetzt einfach schließen. Dann müssen wir natürlich den Aufkleber noch passend auf unserem Traktor verbauen. Dazu öffnen wir jetzt hier einfach unseren Mod wieder. und dann müssen wir uns jetzt hier einfach die I3D-Datei mal heraussuchen. Entweder suchen wir hier oben nach I3D und dann suchen wir uns hier die passende I3D raus. Es gibt teilweise bei verschiedenen Traktoren auch mehrere I3Ds. Da müssen wir dann schauen, welchen Traktor wir genau nehmen möchten. Hier ist einmal die Auswahlmöglichkeit zwischen Serie 7 und Serie 8. Da müssen wir uns dann genau entscheiden, auf welchem Traktor wir es verbauen möchten oder ob wir es auf beiden Traktoren verbauen möchten. Natürlich kann man hier auch in den ganzen Ordnern die I3D heraussuchen. In dem Fall ist jetzt unter Vehicles Serie 7 und dann hier die I3D. Aber am einfachsten ist hier einfach die I3D zu suchen und dann einfach die I3D zu öffnen. Hier nehmen wir jetzt die I3D einfach mal, machen einen Doppelklick drauf und wählen dann hier richtig den neuesten Giants Editor aus. So, das dauert dann einen kurzen Moment. Und dann ist es hier auch schon fertig geladen. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir uns hier eine neue Kamera erstellen, weil sonst die Außenkamera des Traktors oder des LKWs oder Autos verschoben wird und nun sieht es nicht mehr so schön aus. Deswegen gehen wir oben jetzt auf erstellen und wählen hier Kamera aus. So, um die Kamera jetzt auszuwählen, gehen wir auf Ansicht, Kamera und wählen die Kamera aus. So, jetzt werden wir hier irgendwo hingebeamt und hier können wir uns dann ganz normal bewegen. Wie man sich bewegt und weitere Grundlagen habe ich auch schon gezeigt und dazu verlinke ich euch am besten auch nochmal das Video in der Beschreibung oder hier oben rechts im Bildrad. So, jetzt können wir uns hier einfach mal raussuchen, wo wir den Aufkleber genau verbauen möchten. Ich denke mal, ich möchte jetzt hier den Aufkleber, einen Aufkleber möchte ich gerne auf der Scheibe verbauen und einen Aufkleber möchte ich hier so auf der Motorhaube verbauen. Und dazu muss ich jetzt natürlich zuerst einmal den Aufkleber öffnen. Dazu gehe ich hier oben links auf Datei. Kann natürlich auch sein, dass das auf Englisch ist, hier der Client Editor. Dann müsste man natürlich den auf Deutsch umstellen. Das habe ich auch in dem Tutorial gezeigt. Wir gehen jetzt hier oben links auf Datei und gehen dann auf Importieren. So, jetzt müssen wir uns natürlich unseren Ordner raussuchen. Das ist auf dem Desktop und da haben wir dann hier unseren Mod-Ordner. Darin befindet sich jetzt hier der Mod. Wählen diesen aus, suchen jetzt hier unseren Aufkleber raus. Der ist unter Aufkleber, Quadrat oder Aufkleber, Rechteck. Und dann öffnen wir hier die I3D-Datei und gehen auf Öffnen. So, da hat sich hier unten schon der Aufkleber geöffnet. So sieht er jetzt aus. Genauso wie ich das Bild gerade bearbeitet habe. Und den wollen wir jetzt natürlich verbauen. So, jetzt ist es ganz wichtig, dass wir den in die passende Transform-Group verschieben. Das heißt, dass der Aufkleber auch wirklich mit dem Traktor mitfährt und nicht nur irgendwo in der Gegend rumhängt. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns jetzt zuerst einmal die Transform-Group heraussuchen, in der unser Objekt ist. Ich möchte jetzt zum Beispiel mal den auf der Motorhabe verbauen. Das heißt, ich suche mir jetzt die Transform-Group von der Motorhabe raus. Dazu öffne ich jetzt hier einfach mal den Mod hier. Und hier sehe ich schon, jetzt ist alles markiert. Da ist es auf jeden Fall schon mal drin. Dann gehe ich hier auf den nächsten Ordner und suche hier einfach mal die Haube. Ich denke mal, die ist jetzt unter Visuals. Das meiste ist natürlich immer unter Visuals. Wenn man natürlich was an der Kabine verbauen möchte, geht man natürlich hier auf Kabine. Ich gehe jetzt hier mal auf Visuals und dann suche ich mir jetzt hier zum Beispiel die Haube raus. Die ist hier unter Load Main und da habe ich hier auch schon das ganze Objekt. Das kann natürlich bei jedem Mod anders aussehen. Meistens ist es hier aber so aufgebaut, dass hier ein Main-Komponent ist, dass es in einem weiteren Transform-Group ist. Und dann hier meistens im Visuals-Ordner befinden sich die Motorhabe und alles weitere. Und unter der Kabine findet man halt dann den Rest. So, jetzt möchten wir hier natürlich jetzt unseren Aufkleber draufkriegen. Dazu wählen wir jetzt hier den Aufkleber aus. Und gehen auf Bearbeiten und gehen hier auf Ausschneiden. So, jetzt ist er hier verschwunden. Wir haben ihn ausgeschnitten und wir gehen dann auf die entsprechende Transform-Group und fügen den da ein. Gehen auf Bearbeiten und dann hier einfach auf Einfügen. So, jetzt ist er hier drunter schon und jetzt müssen wir den natürlich noch passend verschieben. Das geht natürlich hier einfach mit den Pfeilen. Und natürlich können wir den hier auch rotieren. Das geht ebenfalls hier mit diesen Kreisen. Damit kann man das hier rotieren. Natürlich kann man hier auch Werte eintragen, zum Beispiel 90. Das heißt, der ist jetzt im rechten Winkel. Das passt auch soweit. So. Jetzt können wir den hier einfach passend verbauen. Das sieht natürlich jetzt nicht ganz so schön aus, weil er ist noch ein bisschen groß. Das heißt, wir müssen ihn jetzt noch verkleinern. Das heißt, wir können jetzt einfach bei Skalierung verschiedene Werte eingeben. Zum Beispiel können wir hier 0.5. Dann ist er nur noch halb so breit. Das gleiche machen wir dann natürlich auch noch bei Y. Auch 0.5. Und bei Z natürlich auch 0.5. Ihr könnt hier natürlich eure ganz individuellen Werte nehmen. Ich glaube, das ist jetzt auch noch ein bisschen zu groß. Das sieht man ja schon. Das ist auch noch ein bisschen zu groß. Genau. Deswegen müssen wir den jetzt wahrscheinlich noch kleiner machen oder woanders hin verbauen. Ich denke mal, ich mache jetzt noch ein Stückchen kleiner. Das heißt, ich mache hier einfach mal 0.3. Überall wieder. Wichtig ist, dass es immer überall ist. Weil sonst ist es meistens verzogen, dass sie ja nicht so schön aus. So, jetzt verbaue ich den jetzt so, dass der einigermaßen hier drauf hängt. Dazu kann ich den natürlich auch noch so rotieren, dass er natürlich so ein bisschen geneigt ist. Ungefähr so, denke ich mal. So, das sollte natürlich auch zu sehen sein. So schaut es ganz gut aus. Wichtig ist, wie gesagt, dass sie den hier schön hin platziert, dass er nicht zu weit vorne weghängt, dass er aber auch nicht drin hängt, so wie jetzt gerade. So zum Beispiel. So kann man das jetzt sehr gut lesen, finde ich. Und er sieht auch ganz gut aus. Das gleiche könnt ihr da natürlich nochmal auf der anderen Seite machen, wenn man möchte. Oder man kann es natürlich auch nochmal hier auf der Scheibe machen. Ich möchte das jetzt hier auf der Scheibe nochmal machen. Das heißt, ich wähle hier meinen Aufkleber aus. Und möchte jetzt gerne duplizieren. Dazu gehe ich jetzt hier auf Bearbeiten. Gehe hier auf Duplizieren. Und dann hat sich der jetzt hier einfach dupliziert. Dann gehe ich wieder auf Bearbeiten. Gehe auf Ausschneiden. Und dann suche ich mir jetzt hier die Transform Group der Kabine heraus. So, das findet sich dann natürlich in der Kabine. Und dann suche ich mir jetzt hier die Scheiben raus. Da kann man hier einfach ganz normal durchgehen und sich das jeweilige einfach aussuchen. So, hier ist es jetzt auch wieder unter Visuals. Und da suche ich mir jetzt einfach die passenden Scheiben heraus. Hier sind es jetzt zum Beispiel das Load Interior. Natürlich kann es auch sein, wenn die Türen zum Öffnen sind, dass man dann natürlich den Aufkleber in der Tür einfügen muss. Das ist ganz wichtig, weil sonst, wenn sich die Tür öffnet, bleibt der Aufkleber hier einfach drin stecken. Deswegen muss man da immer drauf achten, dass man auch wirklich in der passenden Transform Group einfügt. So, ich habe jetzt hier die passende Transform Group gefunden. Öffne diese dann. Und suche mir jetzt hier das Richtige raus. Und füge meinen Aufkleber hier ein. Bearbeiten und einfügen. So, jetzt hängt er natürlich genau da, wo ich einen Grad verbaut habe. Und den muss ich jetzt wieder hier verschieben einfach. So, so. Und passend hier auf die Scheibe verschieben. Bei Scheiben ist das immer ein bisschen schwierig, das zu verbauen. Da muss man immer gucken, dass man den wirklich auch drauf verbaut. So sieht es zum Beispiel gar nicht schlecht aus. Noch ein bisschen rotieren. Nicht, dass er weit vorhängt oder so. Natürlich kann ich mit dem jetzt hier auch noch ein bisschen größer skalieren. Hier habe ich ja genug Platz. Ich mache einfach nur 0,6. So, perfekt. Gut. Und den verbaue ich jetzt hier einfach mal unten an der Scheibe. Dass man das auch schön lesen kann. So ungefähr jetzt. Jetzt sieht man ja, der hängt relativ weit außerhalb. Das heißt, ich mache jetzt hier wieder die Rotation vernünftig. Und schiebe den dann hier richtig schön ran. Dass man den Blut lesen kann. Dass er aber auch nicht in der Scheibe drin hängt. So. Das ist natürlich immer ein bisschen Arbeit hier. Das richtig einzustellen. Aber da sollte man sich schon Mühe bei geben. Dass das dann auch wirklich vernünftig im Spiel aussieht. Und dass der jetzt nicht zwei Meter davor hängt. So. Ich denke mal, so soll es einigermaßen passen. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Und wenn wir jetzt hier zufrieden sind mit der Position der Aufkleber. Können wir hier einfach wieder alles schließen. Und dann müssen wir jetzt natürlich wieder auf die alte Kamera zurück wechseln. Wir gehen hier auf Ansicht. Kamera. Outdoor Kamera. So. Jetzt sind wir wieder auf der Outdoor Kamera drin. Und jetzt ist es wichtig, dass wir unsere erstellte Kamera löschen. Das ist sehr wichtig. Weil sonst kommt es nachher im Spiel zu Fehlern. Dazu hier einfach auf Bearbeiten. Und dann auf Löschen. So. Jetzt müssen wir einfach nur noch den Mod abspeichern. Dazu hier oben links einfach auf I3D Speichern klicken. Jetzt wird er hier gespeichert. Das sieht man hier auch in der Konsole. Unter Scene File. Saved. Passt. Gut. Jetzt können wir den einfach hier schließen. Den Giants Edgeware. Und können dann hier wieder in unseren Mod reingehen. und müssen diesen jetzt hier wieder zu einer ZIP zusammenpacken. Dazu gehen wir jetzt hier einfach drauf und wählen hier alles aus, was drin ist. Und gehen dann hier mit Rechtsklick auf Senden an ZIP komprimierter Ordner. Das dauert dann natürlich wieder einen kurzen Moment. Und dann benennt er den Ordner zu einer zufälligen Namen um. Wir möchten jetzt natürlich, dass der Ordner genauso heißt, wie er auch vorher geheißen hat. Deswegen gehen wir jetzt hier auf unseren Ordner, den wir im Vorhinein entpackt haben. Und gehen hier auf Umbenennen. Dann wird uns hier alles ausgewählt und kopieren das. Und fügen es hier beim ZIP Ordner ein. Umbenennen. Und fügen es dann hier ein. Das kann natürlich auch wieder überall anders aussehen. Ich würde euch aber empfehlen, den genauso umzubenennen, wie er vorher auch geheißen hat. Da kommt es auch zu keinen Fehlern. Wichtig ist hier auch, dass hier keine Leerzeichen drin sind. Daher dann auch nochmal drauf achten. Jetzt müssen wir den Mod einfach nur noch in unseren Mod Ordner packen. Den können wir jetzt hier einfach ausschneiden oder kopieren. Ich schneide den hier mal aus. Und gehe dann unter Dokumente, My Games, Farming Simulator 22, Mods. Und füge den hier ein. So, jetzt ist es soweit drin. Und wir können den Mod im Spiel testen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. So, ich habe jetzt hier gerade schon mal geschaut. Die Aufkleber sind auf jeden Fall drauf. Vorne einmal hier der kleine Aufkleber. Den sieht man nicht ganz so gut. Der ist wirklich relativ klein. Aber hier vorne ist auch nicht so viel Platz für Aufkleber. Dafür aber den hier an der Scheibe. Den kann man schön erkennen. Und man kann auch alles so weit lesen. Klappt. Und genau. Wir können auch mal ein kurzes Ründchen fahren. Da sieht man auch, dass die Aufkleber auf jeden Fall auf ihrer Position bleiben. Sich nicht bewegen. Oder nicht verrutschen. Sondern es genauso ist, wie wir es haben wollten. Und genau. Das war es dann auch soweit vom Tutorial. Wenn ihr noch Fragen habt oder Probleme habt, könnt ihr die dann natürlich gerne in den Kommentaren stellen. Da versuche ich dann jedem zu helfen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne wie immer ein Like und ein Abo da lassen. Das würde mich mega freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Und sagt bis dahin. Ciao. Ciao.